Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid bei meinem neuesten Styling Video, in dem ich euch regelmässig Tipps und Tricks gebe, wie ihr eure Outfits einfach und gelungen kombinieren könnt. Jetzt zeige ich euch eine farbige Bluse auf eine moderne und doch sehr eigene Art kombinieren. 1. Seten alle Dabenbewerb So, das war es schon. Ich habe drei spannende Kombinationen mit farbigen Blusen gezeigt. Und wenn ich es nicht schon gemacht habe, unbedingt die Newsletter abonnieren, damit ihr als die Erste informiert werdet, wenn es so weit ist. Ich wünsche euch viel Spass beim Kombinieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss in der Vigenia.